hallo und herzlich willkommen zur heutigen daily challenge normal wir machen heute land der wandelnden seelen und ich muss sagen dieses mal ist es wirklich einfach also gerade hier die ersten 600 oder 900 meter sind sehr sehr einfach zum absolvieren ich werde euch allerdings trotzdem auch für anfänger so ein bisschen so ein paar kleinere knackpunkte erzählen hier einfach durch rennen ist klar drüber springen auch kein problem hier nur kleine springe machen also ganz kurz den tasten einfach antippen dann kommt man hier durchaus ohne probleme hoch vier sprung nach unten ihr seid auch unten immer den controller und schon haben wir die ersten 300 meter eigentlich geschafft und bekommen auch schon die 300 meter pause gut hier einfach auch drüber springen geht allerdings beides der bumper ist auch möglich kleiner sprung wieder und rüber land der wandelnden seelen ist meistens eine kombination aus großen sprüngen kleinen sprüngen und hat ebenso reaktions sachen aber sollte eigentlich kein großes problem sein hier zumindest meine silbermedaille heute gut rein zu holen ja auch wieder drüber wir bekommen die 600 meter pause und jetzt zieht langsam das schwierigkeitsgrad ein klein bisschen an hier einfach oben an der wand entlang laufen ist aber auch nicht gerade ein schwieriger teil jetzt kommen kombinationen aus großen und kleinen sprüngen wieder nehmen doch jetzt kommt so kleine sprünge kleiner sprung runterfallen lassen am seil drüber und wieder der sprung nach unten hier drüber kleiner sprung und auf das seil als kürze 900 meter pause nächste schwierigkeitsgrad hier drüber anhauen drüber da habe ich schon dachte mich jetzt jetzt erwischt hier eine schnelle reaktion auch wieder drüber wenn es nicht ganz klappt schaut euch das video einfach noch mal in slow motion an dann habt ihr unten den jeweiligen controller im blickfeld und seht wie man da am besten reagiert nicht wie am besten aber wie es eine möglichkeit ist darauf zu reagieren ja auch noch mal drüber schnell reagieren und schon haben wir die goldmedaille geschafft hier hoch drüber gleiches wieder es wiederholt sich alles so ein bisschen und die stelle die hatten wir vor einigen tagen schon mal im gespräch weil sie halt eben echt eklig ist und der hat es mich heute verspult vielleicht mache ich es nachher noch mal eine runde man schauen wie die zeit das zulässt aber ansonsten ja sehen wir uns morgen zu einer neuen runde der daily challenge und ich danke euch vielmals fürs zuschauen bis dann